Hi, ich bin Frederike Kempe von Bayer 04 Leverkusen. Ich bin Nina Lange vom MSV Duisburg und wir machen heute das Flyer Alarm Autocomplete Interview. Frauenfußball ist wie Pferderennen mit Eseln. Ja, kein Kommentar. Wer kommt auf sowas? Frauenfußball, 10 Gründe es zu lieben. Also Grund 1, weil du mitspielst. Grund 2, weil Frederike Kempe mitspielst. Das reicht eigentlich, oder? Okay, next. Frauenfußball, früher und heute. Wow. Heute definitiv attraktiver und schneller und besser. Ja, früher verboten. Frauenfußball und Donald Trump, Angela Merkel. Also, was? Ja, okay. Was? Also, was Donald Trump davon hält, das wissen wir ja alle. Nicht so viel, Angela Merkel. Ich weiß nicht, ob sie ein Fan ist, keine Ahnung. Next. Frauenfußball wie oft auswechseln. Also, im Frauenfußball gibt es die gleichen Regeln wie beim Fußball. Ja, genau. Für alle, die es nicht wissen. Okay. Ja. Was ist die beste Mannschaft im Frauenfußball? Ähm. Erstmal heißt es welche Mannschaft? Und ähm. Bayer Leverkusen. MSO Duisburg. Next. Ähm. Was verdient man im Frauenfußball? Ähm. Goldbarren. Ganz dicke Goldbarren. Ja. 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 Was ist schnellst니까 mit dir. Und dann redecken dich. Einesitzu subjects. Und dann sagte mir, da sind dann libremente clamisch. Und dann verstecken mich.